Du hast nicht 3 mal für ihn! Oh mein Gott! Ja feier, Alter! Mann! 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 Olaf ist heute Laserschwer! Wir sind nur wir 3 oder wollen wir irgendwen dazu holen? Können auch wen zu holen. So, Moment, wir laden noch einen Kollegen ein von mir, ja? Wer ist denn Shong Bam, Alter? Das bin ich. Shong Bam? Shong Bam! Revi ist leider eins. Du musst halt die Runden einstellen, die Draw-Time und so. Und nicht den Link liegen, bitte dieses Mal. Halt die Maus, das warst du letztes Mal, Junge. Hey, das warst du? Acht mal! Ich würde sagen, wir fangen an, okay? Okay, es geht los, Alter. Okay, der Thomas zeichnet. Schön mit Grau. Ah, das ist Helfen-Schneemann. Das ist eine Kanonenkugel. Hey, was ist das? Man sieht ganz... Ab jetzt dürft ihr wieder mitzählen. Wie oft Revi, was ist das, sagt Lul? Yes! Oh mein Gott! Hä? Ja, easy! Was ist das? Oh Mann! Ja, sieht man. Das brauchst du. Für die Dusche. Ist richtig, richtig hässlich gemalt. Muss man ganz ehrlich sagen. Der Thomas zeichnet aber auch mit seiner Nase. Würde ich am liebsten einfach schon wieder reporten, weil es so scheiße aussieht. Was ist das? Ist das ein Käfer? Noll, ich auch geschrieben. Ja, weil beide dumm sind. Richtig. Aber was für ein Käfer? Das ist die Frage. Ah, ich weiß! Yes! What? Was ist das? Hä? Hä? Ich hab's einfach. Was hast du im Garten, Revi? Hä? Was hast du im Garten? Ist das ein Affe? Nee. Was läuft im Garten herum? Hä? Das ist Revi. Was ist denn das, Alter? Was ist das für eine Scheiße, Junge? Was für eine dumme Missgeburt? Überleg mal Aua. Ey, du darfst nicht... Aua. Aua? Hä? Zecke? Was für ein Bullshit? Krabbe, Alter! Report! Junge, was für ein Bullshit, Alter! Ich schummel... Ich schummel gar nicht! Ich kann doch gar nicht reingucken! Ja, ja, ja. Save! Ich hab wieder... Einfach nur lächerlich, Junge. Das ist einfach so hässlich gemalt. Ja, ist ein Schwanz. Hm? Boom! Wer das nicht errät, ist dumm. Ist einfach nur dumm. Jaaa, Revi. Halt's Mauljausen, Jan. Wirklich. Jan Jausemeier. Okay, das ist mega leicht. Jetzt seid ihr bereit? Ich bin bereit, ja. Okay. Schneide Runde. Bedeutet die Farbe etwas? Boom! Nein! Hast du gut gemacht. Was ist? Ich bin so... Nein! Das war's aber... Wie oft hab ich mich verschrieben! Komplett... Was hast du geschrieben, YouTube? Du hast dich dreimal geschrieben, Digga! Oh Mann, Junge, ich Bastard! Junge, so cool. So cool, Momcrafter. Bist du dumm, Alter? Ich hau die ganze Zeit die Wörter raus. Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, warst du schnell. Alter, warst du schnell, Jan. Skype. Ach so, Shit. Was ist das denn? Telefon? Telefon, du Bastard! Hier warte, ich male was, was man auf Skype immer sieht. Och Mann ey, Rebi, deswegen werden alle unsere Videos wieder endmal interessiert. Digga, mal den nicht so detailliert. Oh, ist das stressig mit Rebi zu spielen. Okay, Thomas, Draught. Hä? Rebi. Das ist so einer, der so ein paar Chromosome zu viel hat, oder? Guck mal. Das ist einer aus Tux aus der Skihütte, Rebi. Es ist Harry Potter, sein zurückgebliebener Bruder, Junge. Gut. Safe. Das ist dick da, Alter. Dick da, es ist dick da. Was soll das denn sein, Alter? Hä? Ich bin der Heftigste. Hä? Wie kannst du darauf gekommen sein, Alter? Ich bin der krasseste, Mann, ich schwöre, ich denke, ich denke so, ich denke so krank um die Rhecke. Das wird schwierig. Das wird schwierig, sagt er. Hää? Boom Junge. Ist doch gut gezeichnet, oder? Ist okay, es ist gut. Das ist gut. Das ist eine Zwiebel. Was ist das? Hä, das ist für dumm. Oh Junge. Dieser andere Fehlversuch gewesen, Junge. Da hat aber jemand in Physik komplett vorbeigefixt, Alter. Auf jeden, ich hab abgewählt. Ein Fidget-Spiller schreibt hier jemand. Ah, jetzt erkennt man's. Was kommt jetzt wieder? Tuxa. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, war das heftig. Ja, einfach. War schon ein Start von mir, ne? MLGamer hat auch was rausgefunden. Der ist gar nicht so dumm. Dieser Thomas ist aber ziemlich dumm. Der Thomas ist am losen. Hä? Dammit. Du F***. Hä? Hä? Was ist das? Was denn? Was denn? Ja, was denn? Sprungturm am Nackholm. Was denn dann? Sprungturm. Hä? Hä? Was für ein Bastard, Alter, Mann, Junge. Ich hab Schwimmbad geschrieben. Ich schreibe Schwimmbad. Ja, Junge. So ein Scheiß, dieses Game, Alter. Lost ihr wieder hinter. Das ist komplett gegen mich, das Game, ne? Einfach nur lächerlich, Mann. Was ist das denn? Alkoholiker. Alkoholiker. Hallo, guck mal, ich hab geschrieben auf Alkoholiker. 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 Was ist das? Leute, das ist die schlechteste Zeichnung ever. Wir zeichnen den gerade. MRGame schon wieder. Was ist das? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Was ist das? Das ist so ein Unverschämter, der soll nicht mehr mitspielen, Alter. Was ist das? Es macht gar keinen Sinn, Junge. Hä? Was ist das? Die Frauenkloschreiberie. Was ist denn das? Was ist das? Ah, warte. Es ist ein Thermomix, man erkennt das doch. Alter, ich schnauze. Was hat der für einen Klüppel in der Hand, Alter? Ja, was ist das ein Schwert? Ist das irgendeine Religion, die wir nicht kennen? Können wir den auswerfen, Junge. Kinder. Was ist das? Mörder. Hey, warum kriege ich das? Was ist das? Magier. Mann. Junge, was ist das für ein Scheiß? Ich bin, ey, ich, ich. Was? Was? Bildhauer? Digga. Das war das häusliche Gewalteinfurt. Okay, ich hab was, ich hab was Gutes. Ich hab was Gutes. Ja, was ist denn das? Ey, besser kann man sich zeichnen, oder? Hä? Satellit. Ah, fuck, ich hab verkackt. Ja. Geh, ich mach hier jetzt einfach nochmal neu. Hä? Digga. Le la la, ich bin's. Oh mein Gott Junge. Ich komm immer wieder drauf. Ja, du bist ja auch dumm. Du hast sowas noch nie in deinem Leben gesehen. Alter. Oh mein Gott, wie heißt es nochmal? Ohohohoho. Da ist aber jemand ganz schön lost, Alter. ML Gamer ist sowas von weit entfernt von uns, Alter. Oh, Scheiße, Alter. Ja, das ist am einfachsten, glaub ich. Okay, jetzt wird's, ihr müsst echt ein bisschen um die Ecke denken, aber das kriegt ihr hin. Hä? Junge, ist krass. Thomas ist richtig krass, Alter. Ja, kannst du auch vernünftig was weitermalen? Ey, Digga. Was denn? Ey, du hast denn so scheiße gezeichnet. Schwanzhase oder was? Hä? Hast du in die Fernseh geguckt, Junge? Spani hat doch nicht solche Augen. Natürlich, Spani hatte immer... Spani hatte immer so eine Erektion, Alter. Das weiß man doch. Ja, Alter, Revi, null Punkt. Junge, oh mein Gott, Junge, du bist so dumm. Ein komplettes Video kann man gar nicht hochladen. Natürlich kann man das hochladen, man kann doch wohl einen Penis malen, Alter. Was ist das? Was ist denn das, bitte? Du auch. Oh, Ehre genommen. Und weg damit. Und weg damit. Ja, ja, ja. Oh, Julian, bam, ich lass dein Studio brennen. Oh, oh, MLG ist wieder am Start. Okay, Leute, jetzt komplett stupid jetzt denken. Okay, boah. Was ist das? Was ist das? Es ist auf jeden Fall was Tierartiges. Alter, was ist das? Digga, was ist das, Digga? Ich will auch. Mann. Das ist ein Kuh, oder was ist das? Was ist das mit unverschämter? Pist das? Alter, wo ist vorne und wo ist hinten? Was? Oh mein Gott, Jan Mayer, Alter. Jan Mayer. Nee, nee. Oh, Julian Bell. Drachenfeuer. Brain, Alter, mega Brain. Wir sind so klug. Nee, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das eine Kuh, oder nicht? Ist das hässlich? Und Feuer, Kuhfeuer. Was ist das denn? Eine Glocke, oder was? Glocke im Mund. Was ist das denn? Ist das Julian Bell? Eine Kuhglocke, nein. Was ist das? Hä? Nein, Mann. Ich schreibe dreimal YouTube, Alter. Bastard, dieses Wort. So lost, Junge. Ich schreibe dreimal YouTube. Ich bin so wack wieder, Alter. Das kann nicht sein. Sieht man, was das ist? Nein. Ist das ein Grill? Hä? Das ist eine Olive. Safe. Oliven. Cocktail? Hä? Ah, warte, warte. Oh. Was ist das? Oh mein Gott. Ist das Putsch? Nein, du. Was ist denn das? Was ist das? Diese Dinger hier, Rehvi. Diese Teile. Dinger. Was kommt da drauf? Leerenloser Hund. Was ist das? Wer malt Rehvi? Oh mein Gott. Ja. Ey, wenn wir alle nicht erraten, kriegt er auch keine Punkte, ne? Aber ich werde es erraten, weil ihr nicht dumm seid. Yes! Yo. Seit wann ist Haarspray eckig, du Opfer? Junge, hast du mal die Gottabielheit von Julien Bam gesehen, Alter? Ja, wollte ich eigentlich noch, aber wir waren nicht schnell genug, Junge. Wann ist Haarspray eckig, du Opfer? Seit wann ist dein Kopf so eckig aus dem Mist geworden? Schinken. Was für Schinken? Reh, wo siehst du Schinken? Was ist denn das? Hä? Ich muss schreiben. Ich muss schreiben. Stop. Yes! Hä? Ihr wisst alle nicht, wie man das Wort schreibt, ihr kleinen, weil ihr in Deutsch nicht aufgepasst habt. Hä? Ihr wisst nicht, wie man schreibt. The fuck? Oh oh. The fuck, Alter. Hätts nicht gedacht, ne? Was denn? Achso, ja, okay. ा, okay. In 2 IP schreibt man das. Bastard Game, es macht gar keinen Spaß, Alter. No, Notiz. Äh? Was ist das? Ah Junge. Hä? Hä? Notiz, was? Hä? Oh mein Gott, ich hab's. Was für ein Bastard, Alter! Was für ein Bastardwort! Alter, ich verliere jetzt hier noch die letzten Meter. Weil nur so Bastardwörter drankommen. Ist das lächerlich, Mann. Mein Ziel ist es, Revi zu f*** in diesem Spiel. Ja, hast du ja schon geschafft. Ich war ganz dein Erster, Alter. Wegen so Bastardwörter. Mal doch jetzt mal, du h*** schon! Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, okay. Oh, ich bin Platz 1 wieder, ich bin Platz 1. Ey Digga, was machst du? Lass dir noch mehr Zeit. Press jetzt. Yes! Oh mein Gott, da war Thomas noch vor mir. Eine Millisekunde. Alter Schwede. Mega krass. Revi hat's noch nicht. Ich male es auch gerade, du Trottel. Ach so, stimmt! Boah, voll Hunger gerade, jetzt Starbucks. Mega Hunger, es sieht echt gut aus, Alter. Mh, lecker. Tomate? Ja. Und hier hängt so ein richtig fetter Schwanz hängt da rein, Alter. Der auf dem... Als ob ich jetzt verloren. Als ob ich jetzt noch... Ich hab so gut gemalt, Junge. Und hab jetzt weniger Punkte als Jan. Hä? Was soll denn? Dieses Game ist so RIP, Alter. Dieses Jan ist... Ich hab Platz 1. Was ist das? Was ist denn ein dreckiger Sound? Jaaaaaaaase! Okay, noch eine Runde. Der ist ja geistig zurückgeblieben, der seinen Stift so in der Nase stecken kann Ah, ist doch ganz klar Das ist doch Minecraft Was ist das? Was ist das? Was kann denn so aussehen? Man kann denn nicht mal anständig malen, Alter? Der hört doch einfach jetzt mittendrin auf Guck mal, der überlegt gerade Wie mach ich weiter? Nein, nicht Was soll das sein? Was ist das? Man, er kennt ja wirklich gar nichts Nicht schreiben Hä? Was? Hä? Was? Oh mein Gott Nee Mann, ich hab mich wieder verschrieben, Alter Boah, ist der schlecht, Alter Ist der schlecht Ist was zu essen? Ja Du, was ist das? Das haben wir alle am PC Am PC? Gamer hat das Wort schon erraten, wie geht das? Was ist denn das? Einerseits ist der zurückgeblieben, andererseits ein Brain Komplett dumm Komplett dämlich einfach So schlecht gemalt, Alter Ich möchte, dass du deine Hände abschneidest Damit du nie wieder sowas machst Dein Maul Jan, wer ist das? Tuxer mag er? Oh, oh mein Gott Ich hab einfach das Wort Oh mein Gott Killer, Alter Jan Wer ist denn das? Ich hab Gedanken gelesen, Alter Welcher Bastard ist das? Ich bin das Wer ist das? Wer ist das? Was ist das für einer so? Ja, ein Bastard, Alter Ich weiß es nicht Nicht Drehvi Gentleman, oh mein Gott, Junge Kennt Revi einfach nicht, ne? Gentleman sein Ja Hey Was ging daran schon wieder falsch? Digga, wie schreibst du das Wort denn? Bist du dumm? Schnurr Schnurr Du bist so ein Bastard, Alter Ich bin so dumm heute Also bist du dumm, ne? Okay, Ember Game ist wieder am Start, Leute Oh nein, okay Denkt um Vor allen Dingen Nicht schreiben Hör auf zu schreiben Oh mein Gott Da hab ich dir geschrieben Lobe Was? Noooon Oh mein Gott Noooon Noooon Das kann doch nicht sein Dienstag, Dienstag Dienstag Alter Oh mein Gott Okay Ganz schnelle Runde, ganz schnelle Runde, ja Oh mein Gott Ja, man sieht's ja da oben schon Bad Simon Bad Simson Bad Simson Bad Simson Die lustigsten Würde Der Diemstag Halt's Maul, bitte Ich bin heute so schlecht, Alter Du bist so scheiße, Alter Mal doch noch kleiner, du Bastard, Alter Warum ist Kai Uwe, wie ist das, Alter? Wie kommt der mal hier rein, Junge? Hä? Rieb wird geleakt Hab ich nicht Wie denn? Hab ich nicht Hab ich nicht, Mann, Junge Ich hab geleakt Halt's Maul, Alter, Thomas Junge Im Malen Im Malen Im Malen F***t ja wirklich keiner Kann man ja nicht anders sagen Im Malen bin ich ja der Krasse Das stimmt Malen kannst du echt gut Oh mein Gott, ja Was? Hä? Ehrenvoll Kai Uwe Bester Mann Hä? Richtig gut Was denn? Richtig, richtig gut Oh mein Gott, Revi So ein dummer Mensch Revi, dass du das nicht erkennst Hä? Ich hab dich absolut zurückgelegt Digga, echt ehrenlos Richtig Hä? Keine Allgemeinbildung Sonderschule Richtig Sonderschule Ja, ja, ja Star Wars Er schreibt Star Wars Heeey Lichtschwert Olof Es heißt Laserschwert Oh mein Gott Wo sind wir denn? Dieses scheiß Eimerngehabe Oh mein Gott Ey Kai Uwe schreibt Ach, Gehe Hä, ist das lächerlich, Mann Wer ist das? Mein Vermieter sieht so aus Boah, ich verliere hier wegen so scheiß Alter, wieso? Alter Nö, dich schickt Dieses Game ist so ripped, Alter Dieses Game ist so ripped Was ist das? Sperma, Alter Hä? Kevin Wolter, safe Nicht schreiben Junge Ist das lächerlich, Alter Ist das lächerlich Ist das lächerlich, Junge Hä? Das ist echt lächerlich gewesen, ja Das ist einfach nur Nee, Drew, guck mal Du kannst Ja, nicht holen wir den ersten Platz jetzt Es ist nicht fair, dass ich hier wegen so einer scheiße verliere Schreibt doch nicht Kevin Wolter rein Es bringt doch kein weiter, Alter Okay, aufgepasst, ja Wer ist das? Wer ist das? Hilfe Coronavirus Wer ist das? Was soll das sein, Mensch? Du Bastard Votekick Ich reporte das, ne? Dieses Game ist einfach Es macht einfach gar keinen Spaß Diese Wörter sind so dumm, Alter Verwirrend Wer ist das? Diese Chinesen, komm Digger Die Chinesen, komm Noch mehr Was geht? Raus mit ihm Oh Gott Übersetzt das bitte Übersetzt das mal Ringtong Hongtong Ich will keine Witze über Corona machen Hab ich auch nicht Was? Nee Das gibt's ja nicht Nee, kann nicht sein, Leute Ey, was ist das denn für eine Runde? Oh, jetzt geht's wieder los Wie ich überdemo sind, den langweilig wahlen wollte Jesus Mal so knacken Votekick, votekick Raus Oh mein Gott, stell dir vor Jetzt kriegen wir so eine Ansage von Jesus auf Instagram Weil der eigentlich nur mitspielen wollte Digga Wer ist das? Was ist das für eine Scheiße? Alter, das ist echt gruselig, Mann Ja, ja Was ist hier los? Ist immer RIP, wenn ich mit dir zocke Ist ja ein Pimmel Oh, Junge Hey, du hast es? Ja, ja, ja Oh mein Gott Oh mein Gott So krass, dass Ju wieder keine Allgemeinbildung hat So peinlich für ihn einfach Junge, kein Hydrant der Welt macht das so, Thomas Hör mal auf damit Was kommt jetzt? So ein brauner Schwanz von der Seite Ich will das mit Gewitter im Kopf mal streamen Real Talk Ah, warte, das ist Ja Dammit Ist krank gemalt wieder, oder? Super, Revi ist echt guter Künstler Alter, du kannst echt gut zeichnen Guck mal, du hast am meisten Konto bekommen, Revi Und rauskicken, rauskicken Kicken, kicken, kicken Ah, dammit Das ging so schnell, Junge Ich hab nicht mal draufgeklebt Er konnte nicht mal einen Strich malen, dieser Bastard, Junge Hä? Alter, was ist das für... Alter, das Ding ist komplett Komplett Ausgestorben, oder? Ich bin froh, dass sowas nicht mehr lebt Was ist das für ein Monster? Das sind Dinosaurier, Alter Hä? Ein gebärten Kind? Alter, Schwede Das Ding ist ein Monster Alter Was ist das, Alter? Ein Riesenhut Was ist das? Ey, sorry, Leute Was ist das? Ja, du machst es nicht besser, Junge Ich weiß nicht, wie das ausliegt Ja, warum ist das so? Warum lebst du es denn dann, du Opfer? Weil alles andere noch viel schlimmer an Ja! Vogelstrauß, Halt's Maul, Jan Was ist denn das? King Nee, ne? Ich bin wieder sowas von dritter, Alter Wenn der es jetzt nicht direkt erratet Oh mein Gott, da ist es komplett weg Ey, mehr zeig ich nicht auch nicht Hä? Stark Bist du hässlich, Alter? Wenn der ja so aussieht, hätte ich ja gar keine Angst davor Ja, dann hätte ich auch keine Angst Malte bitte noch ein Schwede Ja, ja! Jetzt immer noch keine Angst Jetzt immer noch keine Angst Nein! Ich werde jetzt ganz geil werden in mein Zimmer Ha 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 Der hat so'n geister Cock, Alter 250 Punkte, Ju Du kannst es noch schaffen Keine Chance Außer du rätst gar nicht The fuck? Oh mein Gott, ja Und, und? 170, oh mein Gott Boah, knapp Knapp Ey, guck mal, ich seh, bei mir auch wieder so knapp, Alter Nur 600 Lächerlich, Alter Ganz knapp Doppel Du bist du bist du bist du bist du bist Bis zum nächsten Mal.